Ah, der neue Mieter! Sie, wir sind eine solide Zeitung. Jeden Monat solide, recherchierte Artikel. Aber das reicht den Leuten heutzutage einfach nicht mehr. Ich erhoffe mir, mit Ihnen einen guten Kompromiss zu haben. Was machen Sie in dieser Stadt? Ich bin Journalist. Eine Woche. Enttäuschen Sie mich nicht. Um was geht es eigentlich genau in Thematik? Kongo-Frieg und angebliche Uran-Lieferungen in den Irak. Sie bekommen hier eine Story. Machen Sie sich auf was gefasst. Es gibt Berüchte, dass einflussreiche Leute die ganze Geschichte vertuscht haben. Vielleicht sogar die Regierung. Na ja, ich habe einen Menschen verloren, der mir sehr viel bedeutet hat. Sie ist einfach verschwunden. Um was geht es hier eigentlich? Uran, Shinko-Lop-Femi, Hiroshi, Miss Ahan, U. Ich habe keine Ahnung, wie viel er wirklich weiß. Die Zahlen haben eine Bedeutung. Alles gehört zusammen. Völliger Schlagzeug. Das hat sie auch gesagt. Dann war sie verschwunden. Was ist mit Hannah passiert? Ich habe keine Ahnung, wie viel creepy. Ich bin glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020